Salo ist heute richtig ausgerastet, denn eigentlich wollte ich nur in einen Cap-Shop reingehen und für MJ schon mal ein Jordan-Shirt kaufen. Und seit all den Jahren nervt er mich mit Barcelona und Fußball. Und jetzt, wo unser Sohn auf der Welt ist und sogar Jordan heißt, hab ich endlich meinen Teammate gefunden. Denn ihr wisst ja, Malia ist ein komplettes Papa-Kind. Und Söhne sollen angeblich immer mit der Mama chillen. Also kann Salo gerne nach Barcelona fliegen und sein Fußball-Ding machen und mich mit meinem Basketball-Team schön in Ruhe lassen. Für Malia und MJ gab es sogar noch bestickte Bucketheads von mir. Und glaubt mir, Malia hat sich so gefreut, dass sie auf einmal in mein Team gewechselt ist. In welchem Team seid ihr? Fußball oder Basketball? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.